Hallo und herzlich willkommen bei Rocket Camper. Ich bin der Nathan, einige kennen mich schon und ich möchte euch heute den Rocket 1S ein bisschen vorstellen. Der Rocket 1S zeichnet sich aus durch super Alltagstauglichkeit und durch seine Länge ist er besonders wendig und agil. Und ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde. So, ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde. So, der Rocket 1S fährt sich wirklich total schön. Der Komfort eines auch größeren Fahrzeugs. Wir haben aber nur 5,40 m und dadurch ist er wirklich zu fahren wie ein Campingbus, wie ein Bulli oder eigentlich ähnlich wie eine Limousine. Ein PKW ist minimal länger und ich habe jetzt hier gerade einen Schlenker gemacht. Bei 5,40 m muss man jetzt auch nicht riesen Radien beachten beim Abbiegen. Er ist wirklich total easy zu fahren. Und genau, jetzt werde ich mal eine Parklücke suchen und dort einfach mal zeigen, wie schön einfach und schnell das ist. Und es ist zwar ein Camper mit viel Komfort und viel Platz innen, aber von den Abmessungen echt super kompakt. Easy. Einmal eine kleine Korrektur und schon bin ich in der Parklücke und komme eigentlich auch in der Stadt überall super in den Parkplatz. So, angekommen, drehen wir einfach die Sitze und haben, ich komme mal hier rüber, sofort das Camper-Gefühl. Ein tolles Raumgefühl. Wie in allen Rocket 1S haben wir ein großes Bett, eine große Küche sehe ich vor mir, ein großes Waschbecken, dahinter die Luke für die Außendusche. Ich habe einen großen Tisch und für ein bis zwei Personen wirklich perfekt. Es ist theoretisch, also ich arbeite dann eben mit den Vordersitzen, es ist theoretisch möglich auch einen dritten oder vierten Sitz ins Fahrzeug einzubringen. Die Schienen dafür sind da, dann wäre natürlich meine Küchensituation in dem Moment ein wenig eingeschränkt. Aber, ich sage mal, im Alltag als Antagsfahrzeug eine gute Option. Auch hier ist es möglich, ein Aufstelldach zu montieren, unser Rocket Roof. Dann hätte ich da einen Ausweichschlafplatz oder weitere Schlafplätze. Und ja, aufgrund des Gewichts, des geringeren Gewichts beim Rocket 1S, habe ich natürlich eine gigantische Zuladung, die mich in nichts einschränkt. So, das sind die Vorteile. Tolles Fahrzeug für ein bis zwei Personen, tolles Raumgefühl, viel Komfort, sehr kompakt, sehr agil. Der Rocket 1S, der macht Spaß. So, wenn euer Interesse geweckt ist, auf unserer Website findet ihr natürlich wahnsinnig viele Informationen noch, Bilder von innen, von außen zu dem Fahrzeug mit Maßen und Daten. Oder kontaktiert uns einfach, besucht uns in Remshalden. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.